Stopp! Was ist mit der Wissenschaft? Also gut, kommen wir zur Wissenschaft und begeben uns in das geheime Labor der Physikanten. Hier kleben Lebe von Brother und des Wettbewerbs auf einer 150 Grad Celsius heißen Oberfläche. Die Physikanten haben getestet, welche Lebe bei diesen Bedingungen länger kleben. Über den an einer Drehbank befestigten Seilzug wird eine Ablösegeschwindigkeit von 83,7 mm pro Minute sichergestellt. Die Messung zeigt, dass sich die Lebe der Konkurrenz bereits bei einer Kraft von 0,46 Newton lösen. Die Original Brother Label halten dagegen bis zu einer Kraft von 0,84 Newton. Um die Lebe von Brother von einer 150 Grad Celsius heißen Oberfläche zu lösen, bedarf es mehr als der 1,8-fachen Kraftanstrengung im Vergleich zu den Bändern der Konkurrenz. Musik 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 Musik